Tanner Richard, heute zwei Penaltis versenkt, der erste, stinkfrech kann man sagen, reingemacht, aufreizend, langsam angefahren. Was ist euch da in den Kopf gegangen? Wie habt ihr euch für den entschieden? Ja, ihr sagt langsam, aber gegen den Schluss des Matches bin ich einfach so müde, dass es ein bisschen länger braucht, um vorne zu kommen. Nein, wir hatten schon mal gegen Lausanne Penalti und dann habe ich zweimal Stockhand tief getroffen und dann habe ich vielleicht das Gefühl gehabt und ein bisschen darauf gepockert, dass er Stockhand tief bescheisst und ein bisschen dann habe ich gedacht, dass ich wieder dort hingegangen und dann, ja, wenn der Goal ein bisschen überlehnt, wie ich es gehofft habe, dann kann ich natürlich einfach mit der Enttäuschung nachher den Puck auf die andere Seite schieben und zum Glück ist es aufgegangen, sonst hätte ich vielleicht ein bisschen blöd ausgesehen. Das sieht aber gut aus, das Team als solches auch, mit diesem Sieg aus den letzten sechs Matchen fünf Siegen, guter Lauf, was macht euch im Moment so stark? Ja, ich sage, wir spielen einfach unser Spiel, wir spielen einfach, wir machen, wir probieren nicht zu viel, ich meine, wenn man unser Spiel anschaut, ich weiss nicht, ob es das schönste Hockey ist, zum zuschauen, aber schlussendlich ist es effektiv, finden wir jetzt. Das haben wir jetzt langsam mit der letzten Zeit ein bisschen gesehen, wenn alle das Gleiche machen und alle am gleichen Strick ziehen und schlussendlich am Ende des Tages zählen nur mal die Punkte und jetzt haben wir heute noch mal zwei hinnehmen können. Gratulieren wir, merci vielmals, gute Heireise. Merci, schönes Wochenende. Cheers, Schönes Wochenende. impos!